Am vergangenen Wochenende fand im Familienpark in Hoyerswerda die vierte Mitzingenacht statt. Organisiert wurde der Abend von der Hoyerswerda Wohnungsgenossenschaft Lebensräume. Nach einem Jahr Pause war die Mitzingenacht nun wieder von hunderten Menschen besucht worden. Gemeinsam wurden deutsche Volkslieder Rock, Pop und Schlager gesungen. Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt.